Wir sind gut vorbereitet und jetzt riesig gespannt, in vier Wochen in die Saison 2013 zu starten. Und dann, wenn man die Fahrer kommt und wie wir zusammen arbeiten, habe ich glaube, dass viele Leute das letzte Jahr aufgenommen haben, wie gut wir zusammenarbeiten konnten. Und ich denke, das war sehr wichtig für unseren Erfolg bei BMW. Du musst immer 100 Prozent geben. Das verlangt letztendlich auch der Fahrer von seinem Team. Das verlangt das Team vom Auto und das verlangt BMW von dem Fahrrad. Ich lasse alles entspannt auf mich zu kommen. Ich freue mich sehr auf das erste Rennen, weil das Team ist sehr motiviert und auch bereit. Und genau so bin ich auch. Unsere acht Fahrer jetzt sind hungrig, die 1 bei BMW zu halten. Und insofern freuen wir uns einfach auf die neue Saison. Das war der Leiter der Leiter der Fahrer. Das war die Fahrer jetzt, weil das. Und wir kaufen nicht so viel mit einem boot. Und wir haben uns nicht mehr auf die Saison. Das ist das für's für die Rennen.